The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Herzlich Willkommen zum Online-Kongress Stark von Innen. Ich bin Annegret Hofbauer und heute darf ich mit Andreas Kollos sprechen über das coole Thema. Durch starkes Charisma, attraktiv, sexy, bezaubernd und erfolgreich werden. Andreas, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für dieses Interview. Herzlich Willkommen. Ich freue mich auch und ich grüße auch die ganzen tollen Menschen, die da draußen an den Endgeräten sind. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, mit der bezaubernden Annegret jetzt über dieses Thema zu sprechen. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass das was ganz Spannendes wird, was wir gleich hier in diesem Interview erfahren werden. Also bleibt bis zum Schluss dran. Es wird mega faszinierend und mega spannend. Dankeschön. Du hast ja auch schon, du hast ja auch mich schon eingegroovt und hast gesagt, Annegret, das wird super spannend. Lass dich überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Ich liebe Überraschungen. Also ich darf dich kurz vorstellen, Andreas, wie ich das bei allen Speakern mache. Du bist Europas. Führende Experte für Charisma und Transformation, sagst du. Kino, Speaker, Buchautor, Unternehmer und Experte auch für Ausstrahlung. Charisma ist klar. Auf der anderen Seite oder plus Lehrer, Mentor und Coach für Metaphysik, Medium und Podcaster. Also seit über 30 Jahren wirkst du also sehr, sehr facettenreich, inspirierend und mit deinen Seminaren und Coachings für Charisma inspiriert, insbesondere auch zur Markenbildung als Marke. Ja, wir können auch nochmal drüber sprechen. Und dein erfolgreicher und umfassender Ansatz auch als Brückenbauer, und das finde ich einen sehr schönen Begriff, Brückenbauer, zwischen dem Geschäftsleben und dem geheimnisvollen magischen Phänomen der Meta- und Quantenphysik, finde ich total innovativ spannend. Und ich freue mich riesig auf deine Überraschung, was du hier mitgebracht hast. Du besitzt die Gabe, die Aura und das Charisma eines Menschen zu sehen, deuten zu können. Bringst du auch als Geschenk ja hier auch in den Kongress mit, können wir später sprechen. Und vermittelst das Zusammenspiel von Körper, Seele, Geist und Business Skills, um berufliche und private Erfolge zu unterstützen, zu fördern. Lieber Andreas, du bist aber ja, gehe ich mal von aus, nicht auf die Welt gekommen vor einigen Jahren und dann sagt, jippie, ich bin der Experte für Charisma. Was durftest, konntest, solltest, musstest du lernen, auf deiner Journey, da jetzt als Experte so agieren zu können, Business, Brückenbauer zu sein, Business, Geschäftswelt, Meta- und Quantenphysik. Was hat dich auf den Weg gebracht, was musstest du lernen für dich? Also, ich bin gespannt. Mein Leben dreht sich immer so ein bisschen um den Luftballon her, den ich hier dabei habe. Okay, okay, schöne Farbe, ja, gut. Und dieser Luftballon, der steht tatsächlich für unsere Blockaden und für unsere Muster, die in unserem Zellbewusstsein verankert sind. Also, quasi jedes, jedes unserer, wir bestehen ja aus jeder Menge Rägungen, die wir in unserem Zellbewusstsein und Unterbewusstsein haben. Und im Prinzip nehme ich dafür diesen Luftballon, weil der steht im Prinzip für zum Beispiel so eine Thematik wie Geld ist schlecht und böse. Das ist so ein Luftballon. Oder du bist faul, dick und dumm und hässlich. Das sind wahrscheinlich schon fünf Luftballons. Und das kannst du nicht, das darfst du nicht. Und so haben wir jede Menge Luftballons, die wir in unserem Zellbewusstsein haben. Und da ich diese Luftballons sehen kann, also ich bin Aurasichtig. Die Aura ist ja dieses Energiefeld, das uns entgibt. Und da sind natürlich keine Luftballons drin. Aber das Aura-Feld ist ein Energiefeld und ich kann dieses Energiefeld sehen und auswerten. Und weil ich das kann, deswegen haben mir die Medien diesen Titel Europas führenden Experten für Charisma gegeben. Weil ich halt einer der wenigen bin, der das sehen kann. Beziehungsweise bin ich hellwissend. Das bedeutet, ich kann mir ein Foto von euch anschauen und kann euch dann sagen, wo es körperlich zwickt. Wo es von der Energie her zwickt. Und wo es vom Charakter oder von der Veranlagung so drin steht. Also zum Beispiel das Thema Selbstwert und Selbstachtung und so. Das kann man sehr, sehr gut in der Aura sehen. Ob man damit eine Herausforderung hat, ich sage mal nicht ein Problem hat. Und man kann sehen, woher es kommt. Und man kann natürlich auch sehen, wie man es im besten Fall auch löst. Ganz so alles. Sehr cool. Genau. Und ich habe mich ja eingeladen. Wir werden ja morgen wahrscheinlich ein solches Aura-Reading haben. Und deswegen lasst dich überraschen. Das ist unglaublich, was man da toll ist sehen kann. Man kann das übrigens auch sehen. Also auch die Organe werden da abgebildet. Also ich sehe auch Krankheiten. Und ich sehe das schon, bevor sie ausbrechen. Weil die Krankheiten sind erst im Energiefeld und gehen dann in den Körper. Beziehungsweise geht das so ein bisschen Hand in Hand. Also es kommt nicht selten vor. Ich erinnere mich gerade daran an ein Aura-Reading von einer Dame, die aus Mexiko. Ich habe Mexiko im Zoom hatte. Und wo ich gesagt habe, also ich würde ihr schon raten, jetzt kurzfristig mal zum Telefonhörer zu greifen und einen Termin beim Frauenarzt auszumachen. Oh, okay. Und dann ist sie dann relativ schnell hin. Und das war auch höchste Zeit, weil da definitiv Befund war. Und deswegen haben die Medien mir ja diesen Titel gegeben. Und ganz zum Schluss lade ich euch ja auch mal ein zum Aura-Reading. Jetzt zu dem, wie komme ich, wie bin ich dazu gekommen? Genau. Nimm jetzt mal auf deine Journey, bitte. Ein bisschen mit deinem Weg. Also, wie ich so 16, 17, 18 war, habe ich spirituelle Bücher gelesen. Das ist schon ein bisschen her, wie man vielleicht an meinen Lachfalten sieht. Aber dann lese ich die so durch und denke, das weiß ich alles und habe die weggelegt. Dann hat es tatsächlich bis 2006 gedauert, bis das Thema wieder auf mich zukam. Und zwar bin ich damals zu einem Aura-Medium gegangen. Moment, ich muss das mal ausmachen. Bin ich zu einem Aura-Medium gegangen, weil ich zwei Probleme hatte. Also, so dramatisch war mein Leben gar nicht. Also, ich muss sagen, ich hatte eigentlich nur zwei Probleme. Und das eine Problem war das Thema, dass ich mir, damals war ich gerade drei Jahre geschieden und die Kinder lebten bei mir, ich war ein leinerziehender Vater und war im Business aktiv und hatte eigentlich nur zwei Probleme. Das erste Problem war, ich habe mir meiner Meinung nach immer die verkehrten Frauen angezogen. Kennt vielleicht der eine oder andere, oder Männer, ja genau. Oder was auch immer für ein Gender, ja genau, okay. Also, aus meiner Sicht waren das alles so, sagen wir mal, so Frauen, die, ich würde es mal als Sanierungsfälle bezeichnen. Oh. Ja. Die mögen das anders sehen, aber für mich war das sehr anstrengend. Also, das waren so Borderliner und Querbank, alles dabei. Ich meine, damit kann man leben. Man hat halt immer dann so acht Wochenbeziehungen und wenn das dann zu nervig ist, dann tauscht man die Frauen aus. Sorry, ich möchte nicht so negativ klingen, aber so ähnlich war das damals. Oder nicht im öffentlichen Fernsehen, hier ist alles erlaubt, also alles gut. Also, so war das damals. Und was ich immer ganz witzig fand, da ich damals schon auramäßig ganz gut unterwegs war, konnte ich die quasi, ohne dass ich das wusste, also ich erinnere mich an einen Fall, da habe ich eine der Damen auf dem Schoß sitzen gehabt und dann habe ich die ganze Aura wahrgenommen und wusste im Prinzip schon alles über die Frau. Also, das ganze Reden hätte man ein wenig reduzieren können. Nein, aber darum geht es nicht. Also, es ging darum meine zwei Probleme. Das eine waren die verkehrten Frauen. Und das zweite war so ein Déjà-vu-Erlebnis aus dem Ersten Weltkrieg. Oh, okay. Ja, also ich konnte tatsächlich also keine Filme aus dem Ersten Weltkrieg gucken. Das ging gar nicht. Und immer wenn ich von diesem Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Berlin vorbeigefahren bin, hat sich in mir ein richtiger Hass aufgebaut. Von so einem Denkmal von so einem Kaiser, der vor 100 Jahren gestorben ist. Und dann ging ich in dieses Aura-Reading hinein und dann sagt mir das Medium Dinge, die definitiv nur ich wusste. Das wusste niemand, was die gesagt hat. Ich habe auch darauf geachtet, dass das nicht so eine rhetorische Kiste wird, wo man Fragen stellt. Nein, ich habe bei dreiviertel Stunden gar nichts gesagt. Und dieses Medium hat mir die intimsten Dinge erklärt. Unter anderem auch, was es mit den Frauen zu tun hat. Heute würde man sagen, Gesetz der Anziehung und Resonanz. Das wusste ich aber damals noch nicht. Ja, das war nicht in der Schule sowas. Ja, okay, damals wusste ich das noch nicht. Oder ich habe es zumindest nicht am Schirm gehabt. Und dann sind wir dann so tausend Jahre der Vergangenheit durch alle Leben so durchgewandert. Und ich war ganz stolz auf mich, was ich für ein toller Hecht war. Entschuldigung. Heute hat es ja auch nur die guten Sachen erzählt, wahrscheinlich. Und dann waren wir dann irgendwann... Ja, zum Denkmal, irgendwas. 1860 waren wir dann irgendwann mal gelandet. Und dann, ich denke, kommt noch was, kommt noch was. Und dann sage ich, so, jetzt sind wir bei 1860 und war dann noch irgendwas. Genau, das war ja die Zeit, diese 1871, genau. Und dann sagt sie das mit dem Ersten Weltkrieg. Und da ist es mir Schauer, sind wir über meinen Körper gelaufen, wie sie das genau erklärt hat. Genauso wie ich mir das so in meinen Albträumen immer so gelebt hatte. Und das war sozusagen der Start in meine spirituelle Welt. Und ich muss dazu sagen, dass ich im Großen und Ganzen schon alles mitgebracht habe. Also ich musste weder irgendwelche Wahnsinnsausbildungen machen, noch sonst irgendwas. Das habe ich tatsächlich meine Seele schon mitgebracht. Und das lebe ich heute auch im Prinzip. Also ich bin heute spiritueller Meister, ich bin spiritueller Lehrer, ich bin auch ein Medium. Und mit einer hohen Businesskompetenz. Ja, sehr schön. Und das ist so... Coole Kombi. Ja, also insofern, diese großen Dramen sind bei mir ein wenig ausgeblieben. Ja, außer einmal, wie ich, sagen wir mal, zu weltlich unterwegs war. Ja, und da hat das Universum nochmal richtig zugeschlagen und hat gesagt, jetzt musst du aber abbiegen in Richtung Spiritualität. Ein Unfall oder irgendwas? Unfall oder irgendwas? Nee, wirtschaftlich. Also ich hatte damals drei Firmen und das Universum hat tatsächlich zwei Firmen einfach abgeschaltet. Okay. Also im Dezember noch das beste Wirtschaftsjahr überhaupt und im Juni waren alle Aufträge weg. Okay, ein Zeichen. Ein Zeichen, genau. Und heute bin ich halt der, der ich heute bin und helfe den Menschen ein wenig bei ihrer spirituellen Entwicklung. Ich habe ein Buch geschrieben über das Thema Charisma 4.0. Das ist so der Business-Aspekt. Und mein neues Buch kommt jetzt raus. Da geht es um die Liebe in der fünften Dimension. Oh. Da geht es tatsächlich um Sex. Unter anderem. Ja, das ist schön. Also dann aber auf einer 5D, ne? Ja, genau. Also da geht es nicht darum, wie man jetzt... Spirituell, spirituell in Liebe, ne? Es geht darum, wie wir in Zukunft miteinander umgehen werden als Paare und auch in der Sexualität. Und was da so vorkommt, wird wahrscheinlich im Herbst auf den Markt kommen. Schönes Thema. Eigentlich sind wir ja Liebe. Wir werden als Liebe geboren und wollen auch wieder hin, ne? Genau. Und dann auch die... Ja, sehr cooles Thema. Mach mal im nächsten Interview, mein Lieber. Das ist ja nicht der letzte Kongress, den ich hier mache. Nicht schön. Okay, nochmal gut. Aber ich sage mal, das mit dem Ersten Weltkrieg, das ist ja schon, wenn du sagst, herausfordernd. Wenn du das körperlich so spürst, Albträume hast, ja? Sagst du dich ja, du warst nicht dabei. Wo kommt das her? Was habe ich damit zu tun? Und Albträume. Genau. Oder einfach getatscht werden jedes Mal, wenn da irgendwo was ist. Keine Filme gucken können. Das ist ja schon tief, tief in deinem System drin. Und dann mit den falschen Frauen. Hast du es verstanden? Was du falsch mit den Frauen hast? Ja, das hatte was mit meinem... Was du falsch anziehst. Hat was mit meinem Helferthema, hat mein damaliges Helferthema zu tun gehabt. Heute kann ich mich selbst entscheiden, ob ich, welche Art Frau in mein Universum passt. Das haben wir geklärt. Du hast das bei dir geklärt. Was ich, nochmal ganz kurz, Andreas, was ich total spannend finde. Und ich glaube, das hat jeder, wir kommen ja jeder mit allen Hellsinn auf die Welt. Du hast dieses alles schon in dir gehabt. Das hast du verstanden. Wir brauchen ja kein Diplom. Wir lernen sowieso nicht in der Uni oder Schule. Weil das, über das wir jetzt reden, über was du redest, ist ja nicht in Büchern, in wenigen Büchern oder gar nicht greifbar. Das ist ja was andere Materie sozusagen, was Iterisches oder wie auch immer man das bezeichnen will. Aber das ist natürlich dann, hast du das Buch weggelegt, weiß ich. Aber du hast, was ich wichtig finde, dieser Stark-von-Innen-Kongress geht ja genau darum, jedem zu sagen, du hast alles schon in dir. Das sind Sachen, die, was andere, was du gesagt hast, was von anderen kommt, was andere gut gemeint haben mit uns Eltern, Lehrer, wer auch immer Geschwister. Und dann kriegen wir diesen Rucksack noch mit aus diesen tausenden Inkarnationen, je nachdem, wie lange wir schon unterwegs sind. Ja, genau, kriegen wir auch noch mit. Das ist ja gar nicht alles unseres. Und das mit dem Essen geht bei dir ganz klar. Aber dieses Wissen im Zellgerichtnis und im Bewusstsein- und Unterbewusstseinenergiefeld hat ja jeder in sich. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir alle diese Ressourcen in uns haben. Und wir dürfen halt nur diese, genau, die roten Luftballons, schönes Bild, mal wegnehmen. Mit erklären wir dir, mein Lieber. Also los geht's. Wie hast du jetzt dann an dich geglaubt? Wie hast du deine Methode dann einfach, indem du dir vertraut hast? Also tatsächlich war das so eine Mischung aus Neugierde, was denn da im Universum so los ist. Ja. Und aus der Thematik, dass ich Business und Metaphysik näher zusammenbringen wollte. Schön. Und aus der Thematik, dass ich gerne auch Menschen helfe. Ja. Und jetzt komme ich wieder zu dem Luftballon. Genau. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, davon weiß die Annegret noch nichts, was jetzt kommt. Ich weiß gar nicht von gar nicht. Ich weiß nur die erste Frage, das Thema des Interviews. Sonst lassen wir es fießen. Alles gut. Also, ich bin also ein spiritueller Lehrer und bilde Leute aus. Und diese Ausbildungen gehen von einer Einzelsitzung bis zu einer Zwei-Jahres-Komplettausbildung. Je nachdem, wie weit man einsteigen möchte. Also von einer sogenannten Zell-Clearingsitzung, wo man diese Luftballons einfach mal entfernt, bis hin zu einer hochspirituellen Komplettausbildung inklusive der Anbindung ans Universum und Aurasichtigkeit und so weiter. Und diese Kurse sind natürlich teuer, weil sie auch unglaublich intensiv sind. Das heißt, die kosten je nachdem von vier bis fünf stelle ich. Und ich sage zu meinem Universum, das ist ungefähr ein Jahr her. Liebes Universum, hier gibt es so wunderschöne, tolle Menschen. Und leider haben die oftmals gar nicht so viel Geld. Und wenn ich mit meinem Preis nachgebe, bin ich bald selber pleite. Das will ich auch nicht. Oder mit die Energy raus. Ja, also sage ich, bin das Universum, schick mir eine Lösung, wie ich meine Ausbildung übergeben kann, wie ich davon leben kann und wie die ganzen tollen Menschen auch was davon haben. Schön, ja. Zum Wohle aller, zum großen Ganzen. Und dann sagt das Universum, da ist es. Dauert nicht lang, da ist es. Und nun bin ich auch am Medium und habe mir den Kopf dieser Organisation genau angeguckt und muss sagen, dieser Mensch, der dahinter steckt, das ist ein Abgesandter. Also ich kann nicht nur die Energie sehen von den Leuten und wie die so drauf sind. Ich kann auch sehen, ob die angebunden sind und ob die gerade spirituelle Begleiter bei sich haben. Und der Mann ist ein Abgesandter. Und ich fasse mal kurz zusammen, was die mir angeboten haben. Also die, die meinst du? Also die haben mich dorthin geleitet. Von einem echten Menschen. Genau. Und es geht tatsächlich um das Thema Geld. Und es geht in dem Fall um das neue Geld der Zukunft und um die neue Energie der Zukunft. Darum geht es im Prinzip. Das ist das Entscheidende. Und einer der größten Luftballons, die wir alle haben, ist das Geldthema. Beziehungsweise das Thema, dass Geld böse ist, dass Geld schlecht ist und sowas in der Richtung. Und das ist ein Thema des Massenbewusstseins. Das kriegen die Europäer schon in die Wiege gelegt, das Thema. Das hat zwei Aspekte. Einmal, wenn die Leute kein Geld haben, kannst du sie besser kontrollieren. Und dann ist es so, dass Eltern oder Verwandte oder eine Umgebung, die selbst nicht erfolgreich ist, die tun natürlich ihren fehlenden Erfolg gerne auf die anderen übertragen und sagt, Geld ist böse, Geld verdirbt den Charakter und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. Und gehen wir aber jetzt in die fünfte Dimension oder viele oder einige von uns. Und jetzt brauchen wir auch neue Geldsysteme. Denn das jetzige Geldsystem funktioniert so nicht mehr. Und das neue Geldsystem ist tatsächlich etwas ziemlich Cooles. Und sind wir mal ganz ehrlich, viele Menschen hätten gern mehr Geld, aber das klappt bei vielen Menschen auch nicht. Auch im Empfangsmodus überhaupt zu gehen. Und das zu halten, ist immer ein anderes Thema. Aber das anzunehmen, die Erlaubnis sich zu geben. Ich darf Geld. Genau. Aber es gibt viele Menschen, die kaufen Sonderangebote. Da gibt es jetzt einen Black Friday zum Beispiel. Oder ich erinnere mich an den... Geiz ist geil. Bitte? Geiz ist geil. Sowas in der Art. Und ich erinnere mich an den Vater einer meiner Verflossenen. Die Familie, die war ganz gut aufgestellt. Er Rentner und Lehrer, also Lehrer in Rente. Sie Lehrer in Rente. Also die hatten ganz gut Familieneinkommen. Und dennoch ist er für ein Angebot der Butter 20 Kilometer durch die Stadt gefahren. Also das kennen wir so. Also zurück zu meinen Angeboten, zu meinem Seminarangebot. Es ist nämlich so, da kostet ein Angebot, was über ein Jahr geht, zum Beispiel 24.000 Euro. Und jetzt hat mir das Universum folgendes Angebot geschickt. Das hat nämlich gesagt, du kannst diese 24.000 Euro nehmen und kannst dafür einen Gutschein kaufen. Ja, der Gutschein kostet 24.000 Euro. Und auf diesen Gutschein gibt es zurzeit 20% Rabatt. Genau. Ist das das Angebot, was wir hier verlinken? Das, was wir hier verlinken. Das heißt, der Gutschein kostet keine 24.000 Euro, sondern 20% weniger. 4.800 Euro weniger. Das heißt, mein Kunde hat schon mal 20% gespart. Dieser Gutschein wird in 12 Monaten ausbezahlt und wird dadurch analog zu der Ausbildungszeit quasi an mich bezahlt. Okay. Vorater sozusagen. Und nun ist es so, dass es diesen Gutschein nicht nur für Ausbildungen gibt, sondern den gibt es auch als Tankgutschein. Also wird vielleicht keiner für 24.000 Euro tanken. Das vielleicht nicht unbedingt. Aber zum Beispiel für 1.320 Euro oder so. Dann sind es 110 Euro im Monat, was die Person bekommt fürs Tanken. Beziehungsweise der Gutschein kostet 1320 Euro, 20% ziehen wir ab, dann ist es ein bisschen über 1.000 Euro. Also die bekommen quasi von vorneweg 20% Rabatt auf das System. Ja, also wir leben hier in der sogenannten Fiat-Welt. Also die Menschen, die das nicht so genau wissen. Die Fiat-Welt ist die Welt, die wir üblicherweise haben in unserem Portemonnaie, die wir üblicherweise haben auf unserem Bankkonto. Fiat, Fiat, meinst du auch die Automarke? Okay, was für Fiat? Also ich meine, damit nicht die Automarke aus Italien, sondern die Fiat-Welt ist die ganz normale Bargeld- oder bargeldlose Welt. Das ist die Fiat-Welt so. Das heißt, diese Gutscheine werden abgewickelt über die Barclays Bank in England. Man kauft die Gutscheine zum Beispiel fürs Tanken, zahlt dafür 20% weniger und bekommt jeden Monat einen Gutschein. Und spart sich dadurch eben dieses Geld. Das gibt es auch als Amazon-Gutschein. Ja, auch da das gleiche System. 1000 Euro bezahlen, 20% mehr bekommen. Genau, okay. Das gibt es auch als Gutschein zum Beispiel, wenn man einkauft bei Lidl, Aldi oder sonst irgendwas. Okay. Ja, das bedeutet, man kann damit einen Großteil seines ganz normalen Lebens abdecken. Ja, jetzt denken wir mal ein bisschen weiter. Warum macht das Universum das? Damit die Menschen sich mal anfangen, finanziell zu erholen. Sie leben nämlich 20% günstiger. Und dass die Menschen auch so ein bisschen mal was davon haben an der Geldenergie. Das ist die Fiat-Welt. Und jetzt betreten wir die Krypto-Welt. Ja, ja. Du kriegst nicht nur diese 20% Einkaufsgutschein. Du kriegst auch noch das, was du gekauft hast als Krypto, Geld als Cashback. Also für diese 1320 Euro Gutschein-Thematik, die du nur 20% Rabatt hast, kriegst du Kryptos auf deine Wallet geladen, beziehungsweise in dein System geladen, dein Cashback-System geladen. Und zwar zu dem Tageskurs geladen. Und das bekommst du in 36 Monatsraten ausgeschüttet. Ja, also du hast den Gutschein fürs Tanken, für Lebensmittel oder für was du halt den Gutschein hast, 20% günstiger. Und kriegst dann eben noch die Kryptos in 36 Monaten, jeden Monat ungefähr 3%, was du ausgeschüttet bekommst. Wenn der Kurs bei 1 bleibt, also wenn der Kurs konstant bleibt, dann bedeutet das über 36 Monate ein 100% Cashback-System. Ja, wenn der Kurs um 90% fallen würde, dann hast du immer noch in der Fiat-Welt deine Gutscheine ganz normal und hast du halt nur 10% Cashback. Aber wo hast du denn 10% Cashback? Genau, genau, okay. Wenn der Kurs steigt, danach kriegst du mehr raus, als du eingezahlt hast. Und das ist das, was ich sagen muss, die Energie der fünften Dimension kommt jetzt zu uns. Genau. Nicht nur in den Kurs, auch in den Finanzen. Unbedingt, muss ja. Muss ja. Also die fünfte Dimension ist nicht nur im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig, sondern wir brauchen auch ein komplett neues Geldsystem. Und dieses Geldsystem bedeutet, wir müssen den ganz normalen Menschen, die da draußen unterwegs sind, finanzielle Unabhängigkeit geben. Ja. Ja, weil die Spiritualität, und das ist alles unglaublich wichtig, gar keine Frage, aber wir müssen nach wie vor, Geld ist die Energie, die den Bäcker motiviert, dass er morgens aufsteht und Brötchen backt. Das ist äquivalent immer noch Zahlungsmittel, um das Leben zu erschaffen, was man leben möchte. Genau. Und deswegen ist das System so, aus der spirituellen Sicht, notwendig. Das heißt, du hast einen Amazon-Gutschein, du hast einen Tank-Gutschein, du kannst sogar eine Debit-Karte damit befüllen. Ah, okay. Also du kaufst zum Beispiel für 1.000 Euro oder für 10.000 oder für 100.000 Euro Gutscheine, kriegst 20% Rabatt, also zahle 1.000 Euro, bekomme 1.200 Euro, und das buchst du dann auf deine Debit-Karte und kannst damit alles bezahlen, was man mit einer Mastercard eben so bezahlen kann. Und dann sind wir wieder bei der Ausgangslage zu dem Thema Charisma. Auch erfolgreich, finanziell unabhängig, das ist ja auch ein Part deines Kongresses. Eine Säule inneren Stärke ist eines, wenn die bröckelt, finanzielle, materielle Sicherheit, da sind ja viele noch, erstmal eine materielle Sicherheit zu schaffen. Aber dann geht es ja, der next step ist, finanziell frei zu sein, unabhängig, genau. Und ohne, dass ich jetzt hier die Illusion von vielen Menschen zerplatzen lassen möchte, also Geld sparen, also im Einkauf liegt der Gewinn, sagen die Unternehmer. Und das gilt natürlich auch für uns Privatmenschen oder auch für die Privatmenschen. Und viele, gerade viele Angestellte zum Beispiel, die ganz sicherlich auch jetzt hier zuhören. Die haben, wenn man es mal ganz fair sieht, gar nicht so viele Möglichkeiten in der Einnahmesituation was zu verändern. Weil sie vielleicht den ganzen Tag in der Werkstatt sind oder im Office sind oder bei den Kindern sind oder sonst irgendwas. Oder ihnen auch grundsätzlich die Businesskompetenz fehlt. Auch Zeitressourcen, Wissen, genau. Ja, aber im Einkauf liegt der Gewinn. Das kann halt jeder. Und das ist für mich, also das ist ganz einfach eines der Dinge, wo ich sagen muss, also je tiefer ihr in die Spiritualität eingreift, desto mehr oder reinkommt, desto mehr geht es einfach nur noch um Energie und Schwingung. Ja, genau. Weil Charisma an sich ist ja in Anführungszeichen nur ein Resonanzprodukt. Auf was? Je weniger Luftballons da sind, desto höher geht deine Schwingung und dann fängst du an zu leuchten oder zu strahlen. Also wenn ich Charisma lernen möchte, dann gehe ich nicht los und lerne Charisma, sondern ich gehe los und arbeite an meiner Schwingung. Und über meine Schwingung ist es so, dass die Selbstheilungskräfte zunehmen. Ja, genau. Dass die Wünsche ans Universum zunehmen oder sagen wir mal, dass das besser funktioniert. Wir haben eingangs über die Quantenrealität gesprochen, also sagen wir mal, die Möglichkeit der Quantenrealität zu erschaffen. Der spirituelle Zugang wird automatisch da, also du kriegst immer den spirituellen Zugang, auf welchem Energielevel deine Schwingung ist. Deine Frequenz ist eine Wut, Traurigkeit, Schmerz, Brust. Sehr liebend und Liebe, Freude. Ja, das ist sehr hoch schwingend und das strahlend. Ja, das sind ja auch viele erfolgreiche Menschen. Ja. Die können ja auch dann, die auch arbeiten auch viel und so weiter, aber viele erfolgreiche, was auch immer jeder für sich definiert. Aber du siehst Menschen, die glücklich sind. Du siehst Menschen, die erfolgreich sind, die das machen, für was sie geboren sind oder für was sie daraus leben. Und du siehst das auch. Ich nehme das ganz oft in meinen Workshops. Und ich sage, wenn es um Kommunikation, um Konflikte gibt, so nonverbale Kommunikation, das sagt über 90 Prozent, ist nonverbale Kommunikation, ob jemand glaubt, was du sagst, die Aussage, was du sagst. Genau. Und 14 Prozent Worte. Und dann sagt er, gibt es nicht, das stimmt gar nicht. Und dann sagt er, okay, hat jemand schon mal erlebt, wenn jemand in den Raum reinkommt, wenn jemand in den Raum reinkommt und sagt, oh Gott, sprich mich nur nicht an. Noch kein Wort gefallen, noch nicht. Da sind zehn Meter Sicherheitsabstande. Sprich nicht an, sprich mich nicht an und stay away. Ganz, ganz weit. Wir spüren es, wir fühlen es unangenehm, auf keinen Fall, habe ich noch nie gesehen, diesen Menschen, weil wir haben diese Schwingung, sozusagen, die Energie, die ist bei uns angekommen, sagt, nee, ist so ein Abfall. Warum auch immer das ist, ist ein anderes Thema. Und kommen Menschen in den Raum oder in den Restaurant, je nachdem, wo du bist, in den Urlaub, wo du bist, kommen in den Raum und du sagst, wow, what the hell, was ist mit dem los oder mit ihm? Menschen strahlen das aus und das sind auch Menschen, die sehr in ihrer Kraft sind, die sehr bei sich sind, die das tun, was sie lieben und dann natürlich damit auch erfolgreich sind. Das ist eh der Schlüssel. Von innen nach außen ist auch ein universelles Gesetz. Also wenn du stark im Innen bist und glücklich und das ist, was du am besten kannst, was dir gut tut, was dich gesundheitlich macht, dann strahlst du das natürlich auch aus und ziehst das wieder an. Und dann kommt wieder jemand rein, also ich habe schon ein paar Mal so Männer, Frauen, Männer, jetzt fällt mir ein, mein letzter Vorstand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, Vorstandsvorsitzende, der kommt in den Raum rein und alle sagen, wow, also das ist einfach, der muss gar nichts sagen. Und das sagen wir, Umgangssprache, Charisma, aber der hat halt eine richtig geile Schwingung und die Leute, die verbrauchen ihm. Aber was ist dann Charisma? Ist das das, was wir Umgangssprache, also das nonverbale Kommunikation, wenn jemand sagt, Schwingung gibt es nicht, Energie, verstehe ich nicht, aber was ist Charisma jetzt? Wie würdest du umgangssprachlich dann gar nicht so falsch definiert, oder? Im Prinzip hast du es gerade ganz treffend gebracht. Es geht um unser Reptilien-Gehirn, um unser Überlebensmuster. und nennen wir mal denjenigen, den du eingangs genannt hast, als mieses Charisma. Den ersten. Den ersten. Mieses Charisma bedeutet in dem Fall, dass unser Unterbewusstsein signalisiert, Achtung, von der Person geht Gefahr aus. Genau. Vielleicht ist sie krank, vielleicht sieht sie komisch aus, oder es geht eine gewisse Aura der Gewalt von der Person aus, oder, oder, oder. Dann sagt unser Überlebensmuster, mieses Charisma, bleibt mir weg. Flucht. Flucht oder Todstellen. Die hat meistens Fluchtinstinkt, geht dann hoch und bleibt ganz weit weg. Ich bin ganz dran. Das positive Charisma ist das, was du gerade gesagt hast, das ist diese liebevolle Ausstrahlung. Werke auch. Und die bedeutet, von der Person geht keine Gefahr aus. Vertrauen. Vertrauen, Vertrauens, also sympathisch, liebevoll, also das ist so eine beschützende Energie. Das ist Charisma. Und ich komme nochmal zurück auf das Gutschein-Thema. Ja. Die Leute, wenn die das ganze Leben nur dem Geld hinterher rennen. Ja. Ja. Was meinst du, wie viel Kraft das kostet und wie viel Kraft das unserer Ausstrahlung raubt? Ja. Und siehst du ja auch an der Körperhaltung, Mundwinkel. Und das macht auch die Gedanken und so weiter. Die Energie geht runter. Okay. Das heißt, du hast ja, das Thema des Interviews ist ja Charisma, attraktiv, sexy, bezaubernd und erfolgreich. Genau. Also das kann man dann oder andersrum bedingt dann erfolgreich sein und damit auch finanziell. Ja. Was auch immer das ist, was für dich finanzieller Erfolg ist oder überhaupt Erfolg. Ja. Aber bedingt sich das deiner Erfahrung nach, dass man Menschen, die für sich erfolgreich leben, also das heißt für mich nach dem Konzept, was gut für sie ist, dass ich mir kaufen kann, was möchte, ob ich dann an all die Discounter, das runtergesetzte, Obst, Gemüse mehr holen oder gar kein Obst oder ich gehe auf den Biomarkt frisch oder ich fahre das Auto, ich mache Urlaub, kaufe die Klamotten, kaufe mir was Schönes, ein schönes Buch oder was auch immer das für jeden ist. Bedingt sich das? Ausstrahlung, Charisma mit Attraktivität, Sexy, erfolgreich? Ist das ein Ding sozusagen? Genau. Also ich komme noch mal ganz kurz auf das Thema Erfolg zu sprechen. Ja, Erfolg, genau. Nehmen wir mal das Wort selbstständig. Ja, so. Also ich arbeite selbst und das ständig. Aber Leute, das kann es doch nicht sein. Nein, ich bin Unternehmerin. Ja, ich sage ja nicht, ich bin selbstständig. Also das kann es doch nicht sein. Und auch als Unternehmer. Also die höchste Kunst ist der Investor. Ja. Das heißt, wenn ich, ich fahre nächste Woche ein paar Tage in Urlaub oder im Sommer und wenn ich aber, da kann ich keine Coachings geben. Also gebe ich keine Coachings, verdiene ich kein Geld. Genau. Das heißt, das heißt, meine Tätigkeit und mein Bankkonto stehen in einem ziemlich direkten Verhältnis zueinander. Wenn du nicht ein System hast. Also habe ich schon, aber nur als Beispiel. Und das kann es doch nicht sein. Wir gehen noch Richtung fünfter Dimension und das bedeutet doch, lass uns doch mal intelligent smart, ja. darüber mal nachdenken, ob es anders auch noch geht. Wenigstens teilweise. Ja. Ja, ja. Und da sind wir an dem Punkt, ob ich zum Aldi oder Lidl gehen möchte oder zum Dallmeier für die Leute aus München zum Beispiel. Also es ist doch schön, wenn ich das selbst entscheiden kann. Natürlich. Es geht um Freiheit. Und ob ich, und das weint sich immer noch besser im Taxi als in der U-Bahn. das ist doch schön, wenn ich das selbst entscheiden kann. Das ist doch das. Lass mich doch selbst entscheiden. Aber wenn ich immer gucken muss, kann ich meine Miete bezahlen oder zum Beispiel, da hatte ich eine Rentnerin im Gespräch vor kurzem. Da sagt sie zu mir, Mensch, ich bin Rentnerin, ich habe kein Geld und will jetzt was reißen. Das ist dann vielleicht echt ein wenig anstrengend. Also vom Flassensammeln alleine baut man sich vielleicht auch kein Vermögen auf. Ja, genau. Und in unseren, also sagen wir mal, die Energie des Geldes ist die Energie, die dir das Leben ermöglicht, was du gerne machen möchtest. Und egal, ob du mit Louis Vuitton oder mit was im Sack und Asche rumläufst, wenn du das doch selber entscheiden kannst, ist doch gut. Wenn es sich happy macht, wenn alles gut ist, dann ja, genau. Das kann ja jeder für sich dann ohne Bewertung, genau, das kann jeder für sich entscheiden. Aber diese Entscheidungsfreiheit verstehst du auch unter Erfolg, dass wir selbst, ich hatte mal einen Mentor, richtig cool, das hatte ich dann auch lange bei mir, der Satz hat mich sehr geprägt, du bist dann frei, wenn du unabhängig von allen Umständen dich, für dich sozusagen entscheiden kannst, so, dann bist du wirklich frei. Und der Satz hat richtig viel mit mir gemacht. Egal, ob du, was du sagst, ob du, was du kaufst, das kann jeder für sich entscheiden, aber ich, ich bin selbst, selbstbestimmt, ist vielleicht ein Achtswort, ich lebe selbstbestimmt. Ich habe das Ruder an der Hand, also wir segeln sehr, sehr gern, das Ruder an der Hand, du kannst Ruder rumreißen, selbst entscheiden, wie dein Kurs ist und wo du anhältst oder ob du in den Hafen gehst oder was auch immer. Genau. Darum geht es, das ist diese Selbstbestimmung. Und das macht, dann ist es dann auch erfolgreich, letzten Endes. Und dann werde ich sexy, attraktiv und bezaubernd und charismatisch. Richtig? also ich meine, es ist schon so, wenn du eine charismatische Ausstrahlung hast, dann kannst du, sag mal mal, wenn du dann, das zieht an. Das zieht an, also auch von innen wieder diese Ausstrahlung, ob du Menschen sich mit dir unterhalten wollen oder nicht. Das zieht an. Da gehört ja auch das Thema Gesundheit dazu. Also Charisma ist ja das perfekte Zusammenspiel von Gesundheit, von Sport, von Körper, von Geist, von Seele, aber auch von Business Skills. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier auf diesem Video bist und wenn du dann nur so da bist und ganz traurig guckst, dann guckst du halt anders, anders, also wenn ich dich jetzt anschaue, wie du strahlst, wie dein Charisma strahlt, wie attraktiv du bist, das ist halt was anderes. Sexy auch? Ja. Noch bezaubernd und erfolgreich. Okay. Ja. Danke für Charisma, das zu hören. Zum Beispiel, ich bin ja auch der Veranstalter von dem Charisma-Kongress. Ah, okay. Gibt der schon oder kommt der noch? Also der ist jetzt gerade abgedreht das nächste Jahr wieder und da gibt es ja den Award. Ja, und unter den Top Dreien des Awards, den Damen, ja, es gibt den Mister und die Mrs. Charisma, und unter den Top Dreien des Awards war der Beitrag der Ganzkörper-Orgasmus. Also du hast dann nach was, was waren die Kriterien, die Parameter für diesen Award von den Zuschauern, Teilnehmern? Ja, die Zuschauer müssen entscheiden. Der, 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 der sie am meisten angesprochen hat oder? Ganzkörper-Orgasmus. Okay, gut. Wir haben Zugriff auf dieses Interview irgendwo. Wenn jemand lernen will, wie man charismatisch ist, wird durch den Supergast. 9,99 Euro, 9,99 Euro gibt es das Paket, also wer das mal erleben möchte. Aber gehen wir mal zur fünften Dimension. Dieses Körperliche wird in der fünften Dimension viel mehr Bedeutung bekommen, weil... Achso, ich dachte weniger, nee, mehr. Nein, viel mehr, weil es die Bekenntnis zum Körperlichen ist. Also verkörpern, das ist verkörpern. Ah, okay. Also die Sexualität wird viel mehr Bedeutung bekommen, weil es sagt, ich bin körperlich, ich genieße meinen Körper. Liebe meinen Körper. Und ich genieße den Tempel, in dem ich wohne. Ja, das ist ein großes, da mache ich viele, viele Coachings zu, viele, viele, viele Coachings. Egal, wo wir anfangen, bei welchen Business-Themen, am Ende, am Ende, egal, ob Vorstand oder Kindergarten, ich sage jetzt mal, am Ende kommt wirklich oft, 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 zu über 90 Prozent der Fälle auf das Thema Selbstliebe und Selbstwert. Liebe ich mich selber überhaupt. Liebe ich mich selber und sonst kann ja niemand im Außen... Also ich werde ja auch immer nur so behandelt, wie ich mich selber auch wertschätze. Ja, deswegen bin ich auch Wertschätze-Akademie. Wertschätze oder mich selbstliebe. Wie wir sagen, ich kriege keine Anerkennung von meinem Chef, keine Wertschätzung von den Kollegen. Mein Partner sieht mich nicht. Aber er sagt, okay, es hat alles zwei Seiten. Genau. Medaille, also liebst du dich selber, schätzt du dich selber überhaupt wert? Ja. Selbstvertraust du dir selber, glaubst du an dich? Ja. Und dann kaltst du wieder aus und dann ziehst du das auch an, wie du mit deinen Frauen. Ja, oder oder gehst dann Resonanz andere damit. Ja, oder, oder du kriegst halt dann, auch Anerkennung, Wertschätzung, wenn du dich selber auch wertschätzt. Für mich ist das erst, ist immer eine Folge von, also bedingt sich, also wie die Seiten. Und das ist mit Erfolg, ja, oder Charisma, oder andersrum, wie ich kann es auch aus dann, genau. Und ich meine, bei einem Aura-Reading kann man das relativ gut, schnell und gut sehen, wie gewisse Themen im Leben etabliert sind. zum Beispiel, wenn, wenn das Selbstwert nicht so doll ist, dann kann man da relativ schnell sehen, ob das so ist, warum das ist und die Ursache dazu erklären. Das ist nochmal, das ist die Zusammenspiele von verschiedenen Luftballons, die da so drin sind. Die Ursachen, wo das herkommt, aus diesem Leben oder wo auch immer, aber du siehst dann die Ursache, das war das Ereignis oder die Situation hat dazu geführt, also und dann kann man es auflösen? Ja, genau, richtig, ja. Oder zum Beispiel, wenn jemand sich selbstständig machen möchte, dann tut man auch gut dran, sich das mal vorher, die Aura lesen zu lassen, ob die Energie überhaupt ausreicht dafür. Und ob die Energie, sagen wir mal, ob die Veranlagung überhaupt für den Job ausreicht, jemand macht. Ein Beispiel. Beispiel. Vor kurzem einen Handwerker im Aura-Reading. Und dann, das war ein Schreiner. Ja, okay. Und dann lese ich so die Aura aus und so das und das und das und das und das und das und dann sage ich zu ihm, wissen Sie was, Sie können Ihre Kunden nicht leiden. Haha, Autsch. Welches Problem, mit welchem Problem ist er zu dir gekommen? Also praktisch ging es in die Richtung Kommunikation, er war Handwerker, liebevoller Schreiner. Hat sich in sein Holz, man gibt seine Arbeit, aber... Und dann gab es immer einen Mecker von den Kunden, dass irgendwas nicht gepasst hat. Kommt in, und das stinkt ihm. Okay, und deswegen kam er zu dir. Okay, okay. Und dann sage ich, und außerdem haben Sie Probleme mit der Buchhaltung. Und dann sagt er, ja, stimmt. Also, ich bin schöpferischer Geist und liebe mein Handwerk, aber das Einzige, was stört, ist der Kunde. Und die Buchhaltung. Und die Buchhaltung. Ja, das ist ja ganz oft so, ne? Gerade auch dann, ja, ja, ja. Ah, okay. Ja gut, aber das ist ja wichtig, dass er das macht, was er am besten kann. Und dann hat er Lösungen erarbeitet oder kann er selbst, also der Kunde ist dann so, die Kundin so, wie sagt man, empowert, wie heißt das auf Deutsch, also so gestärkt, dass sie dann Selbstlösungsansätze finden. Oder gehst du auch mit in die Lösungsansätze? Also in dem Fall muss man immer beide Welten sehen. Also ich würde ihm ganz klar empfehlen, such da irgendeinen, der die Kommunikation mit dem Kunden macht. Genau. Die lieben das, ja. Die lieben das. Die können das 24-7 machen, ne? Ja, genau. Und such dir Unterstützung und Arbeit an den Luftballons. Aber das ist halt, er ist halt schöpferisch, kreativ und das Einzige, was dir stört, ist der Kunde. Ja, dann hat er ein anderes Thema noch, ja, na gut, aber das ist ja okay, das sind ja diese Kreativen, und das ist ja das, auch wenn ich auch mit Teams arbeite, ist jeder an der richtigen Stelle überhaupt, also Stärken, Ressourcen, ist jeder richtig eingesetzt. Die Menschen werden krank, haben keinen Bock, haben innerlich gekündigt, haben schlechte Laune, sind nicht committed und weil sie, wenn sie am falschen Platz sind, manche, die lieben Buchhaltung, die können das, die kannst du Sonntagnacht wecken, ja, ja klar mache ich Buchhaltung, ja, oder Steuern oder, und manche sind halt dann auf die andere Seite dann halt nicht kreativ oder die können nur mit dem Inspirativen, Inspiration, Innovativ, Vorausdenker, wir brauchen ja alles, aber das ist ja wichtig, macht jeder das, was er am besten kann und dann wird er auch Erfolg, genau. Auch der Buchhalter hat eine ganz spezielle Aura, auch das sieht man in der Aura, ob das, ob das ein Buchhalter ist oder, oder, oder eher der Kreative, und wenn einer zu mir kommt und hat so eine Buchhalter-Aura und dann sage ich, naja, was willst du denn machen und dann sage ich, naja, sage ich, das wird es nicht so, mach lieber irgendwas, was nicht so kreativ ist, ja. Ja, das heißt also, mit welchen Themen dann Andreas kommen Menschen zu dir, die sagen ja nicht, ich will jetzt attraktiv, sexy, bezaubernd und vielleicht erfolgreich sein, aber die kommen dann eher zu dir, ich habe körperliche Symptome oder ich merke da irgendwie geht es nicht weiter, ich trete auf eine Stelle im Job ist scheiße, aber meine Partnerschaft ist irgendwie mau oder mit welchen Themen kommen Menschen zu dir, die kommen ja nicht zu dir, mach mal meine Aura und sag mir mal jetzt, sondern kommen ja Themen zu dir, mit welchen Themen oder auch. Also die meisten kommen in einer Umbruchsphase zu mir, entweder, dass sie aus dem Hamsterrad irgendwie was anderes machen wollen, aber fast immer kommen die zu mir, die ein hohes spirituelles Wachstum haben wollen, Ja, okay, ich will diese alte Welt sozusagen, ich bin da jetzt sehr zu eng. Das hat auch zu tun mit dem Zeitgeist und mit dem Übertritt der fünften Dimensionen oder was halt dazu kommt und das ist tatsächlich das, was am meisten kommt und du kannst letztendlich immer nur das Level erreichen, was dein Lehrer hat. wenn du selber Aura-Medium werden willst oder hochspirituell werden willst, dann brauchst du einen Lehrer, der das kann und zwar im besten Fall auch wirklich präzise und nicht nur so ein bisschen oder so, sondern ich erinnere mich an eine Frau, die hat auch gemeint, sie wird ein tolles Medium und dann haben wir mal ein Foto genommen aus der Zeitung oder aus dem Internet und haben von diesem Foto von irgendeiner Person die Aura gelesen und dann fing die Dame an, die Aura zu lesen und zu interpretieren und sonst irgendwas und ich sage, nee, da stimmt irgendwas nicht, die Person lebt nicht mehr. Ja, achso. Und dann haben wir recht. Achso, dann hast du eine Aura, wenn du hier auf der Erde sozusagen in deinem Körper bist, weil Seelen haben keine Aura sozusagen oder was auch immer du dich dann denkst, was du dann danach bist. Okay. Was auch immer die Frau da interpretiert hat, aber die Person war tot und das schon seit 20 Jahren. Also da, liebe Leute, müsst ihr aufpassen, an welchen spirituellen Verrutschen, der kommt. Das geht gar nicht. Was willst du denn damit? Das ist wichtig. Ja, okay, gut. Und du hast ja viele, viele, viele Testimone sicherlich und Bücher und so weiter jetzt über die Liebe in 5D. Auch sehr spannend. Musst du mir mal schreiben, wann das losgeht. Also ich finde das total wichtig, erst mal uns selbst zu lieben und dann ist da natürlich eine ganz andere Qualität, Respekt miteinander umgehen. Männliche, weibliche Energie, das darf ja alles wieder heilen. Die Frauen dürfen männliche Energie reinbekommen für Struktur, für Erfolg. Auch diese Erfolgsenergie ist ja eine männliche Energie, Autorität oder sich auch macht. Und die Männer dürfen aber natürlich auch die weibliche Energie mit Empfang auch und Kreativität und so weiter mit rein Liebe. Wir dürfen alle alles sein und das ist für mich 5D, die Liebe in 5D. Für mich, also ich bin gespannt auf dein Buch. Sehr, sehr cool. Jetzt wollte ich nochmal fragen, dieses Auger-Reading, wie funktioniert denn das du hast? Wir haben vorher kurz gesprochen. Ich suche mir gleich einen Termin. Ich bin auch gespannt, was du bei mir siehst. Jemand anderes hat mir letztens gesagt, so ein Guru hat gesagt, Anne, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, kommst du in die Erleuchtung in diesem Leben? Was kommst du dann? In die Erleuchtung. Dann schaffst du diesen Schritt in die Erleuchtung. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was Erleuchtung ist. Das war vor Monaten. Weil ich komme 30 Jahre aus der freien Wirtschaft. Keine Ahnung, was das ist, sozusagen. Nein, aber ich bin mal gespannt. Buche ich mir mal, wie funktioniert das dann? Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Also hier unten habt ihr einen Link. Da gibt es dann, also ich stelle dir einen Gutschein zur Verfügung und wenn du den weitergeben willst, möglicherweise willst du das tun, dann können deine Zuhörer und Zuhörerinnen diesen Gutschein nehmen und können das Aura Reading buchen. Kommt ins Kongresspaket definitiv rein. Ja, danke für die vielen anderen Geschenke auch. Und dann hat man so eine Calendly-Funktion und sucht sich einen Termin aus. Okay. Und dann brauche ich ein Foto, wo die Person steht. Das ist wichtig. Also ein Brustbild hilft mir nicht. Stehen wegen der Energiefluss? Die muss ja die Füße auch sehen. Also ganz Körper. Ja, genau. Also das brauche ich und das muss auch gar nicht so neu sein, das Bild. Okay, und Qualität ist auch nicht. So ein Handyfoto schnell gemacht, das ist wurscht alles. Per Image. Einfach und dann, okay. Also ein Babybild wäre vielleicht blöd, aber wenn die Person ungefähr mit dem übereinstimmt, also ich erinnere mich an eine Dame, die ist jetzt 60 und die hat mir ein Bild geschickt aus der Zeit, wo dieser Manta-Manta-Film gedreht wurde. Und da war die... War das ein paar Jahre oder was? Da sitzt sie als sehr, sehr attraktive Frau vor so einem Manta. Ja, oder in dem Fall war es ein BMW, egal. Aber so sah das Bild halt aus, wie diese Manta-Manta und auch die Frisur und so weiter. 50 Jahre her. Das ist halt ein paar Jahre her und das funktioniert genauso. Ah, das geht genauso. Okay, also ich könnte mir jetzt ein Foto schicken von mir, weil es 16 war oder so. Das würde... Naja, also das würde ungefähr noch so aussehen wie jetzt halt. 50 Jahre, 40. Aber das heißt, die Aura... Ja, das ist... Sekunden, genau. Ja, aber die verändert sich dann das Überlaufe des Lebens? Also die verändert sich immer wieder. Ja, aber es ist also üblicherweise nicht so, dass es immer klack, 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 klack macht, aber es gibt so eine Nulllinie. Eine Grundlinie. Und diese Grundlinie, die ist immer da. Und das ist so ein Level und der ist immer da und der verändert sich immer ein bisschen rauf oder ein bisschen runter, aber grundsätzlich ist das immer so ungefähr. Es sei denn, du arbeitest an dir und die Luftballons fliegen raus zum Beispiel, dann ändert sich das nachhaltig. Zum Beispiel, was sehr häufig vorkommt... Gute Gefühle, gute Gedanken vorher schnell mal machen und sagen, ich bin jetzt gut drauf und dann mache ich ein schönes Foto. Hat das auch eine Auswirkung? Nein. Also das... Wenn du das gut tut, mach das, aber das ist egal, weil ich ja das Foto vielleicht eine Woche später mit dir zusammen lese. Also es ist so, dass das im Aura Reading oftmals schon ein Coaching stattfindet und sich schon Blockaden lösen. Und das sieht man dann fast zeitgleich auf dem Foto. Ah, spannend, ja. Also so geringfügig zeitversetzt, also das habe ich zum Beispiel bei vielen Leuten, die so eine spirituelle Blockade haben. Also ich glaube nicht an Gott oder was auch immer, sondern... Worauf immer sie dir halt da so glauben und so. Und wenn sich die löst, dann merkst du relativ schnell, wie das sie auffängt zu blühen. Ja, und das ist so... Hat oftmals damit zu tun, ich habe irgendwelche Wahrnehmungen und ich traue mich nicht, das nach außen zu kommunizieren, weil alle denken, ich bin irgendwie komisch. Ich bin irgendwie ESO-Trip oder was hat die denn geraucht oder was auch immer, ja. Ja, sowas in der Art, ja, genau. So gerade Kommunikation, ne? Du bist doch Markenbildender, ne? Also das habe ich auch gelesen dann. Also das hat ja auch viel damit zu tun, wir sind die Marke, ne? Egal, ob du angestellt oder nicht. Also sehr cool. Also Foto, ich melde mich noch an, du hast mir die Dinge schon geschickt. Ich darf mich schon einbuchen, deinen Kalender. Sehr, sehr vielen Dank. Andres, wir haben garantiert noch ganz, ganz viele Fragen, weil es ein super spannendes Thema ist. Sehr neu, sehr innovativ, sehr inspirierend. Es gibt Bücher, Podcasts. Man kann nicht finden, ich verlinke hier alles drunter. Ja, noch eine Frage, bevor es zum Tip2Go kommt, eine letzte Frage und wir werden garantiert noch weitere Interviews machen, spätestens wenn, oder wenn dein Buch draußen ist, vielleicht das neue. Gerne, ja. Beim nächsten Kongress. Sehr, sehr schön. Oder ich lade dich mal zu meinem Podcast ein. Gerne. Aber noch eine Frage zum Schluss. Was würdest du, welche Frage würdest du dir stellen, wenn du nochmal an deinen 16 oder 17, 18-Jährigen Andreas, oder was würdest du deinem jungen Andreas mitgeben, tu das, das und das nicht, es gibt das lieber und mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Würdest du sowas mitgeben oder was würdest du dem mitgeben? Also, man muss es mal so sagen, die Summe alle meiner Fehler und ich bin ja seit 30 Jahren selbstständig und das Universum hat mir viele Fettnäpfchen gereicht und wir haben sie lustvoll mit beiden Beinen genommen. Geschenke. Geschenke, bitte schön. Ja, erfahr. Lebenserfahrung. Ja, genau. Also, ich wäre nicht der, der ich heute bin. Aber wenn es damals schon dieses Gutscheinsystem gegeben hätte, genau. Ja, dann wäre ich vielleicht nicht der, der ich heute bin. dann, ja, naja, klar. Ja, okay, das heißt, jede Erfahrung war wertvoll und wichtig hat dich gestärkt. Ja. inneren gestärkt, dass du da heute stehst. Ja. Wenn es so leicht gewesen wäre, hättest du vielleicht jetzt nicht diesen spirituellen Weg gemacht, diese Krankenphysik nicht entdeckt oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Okay. Aber ich muss fairerweise sagen, dass ich auch nicht so dramatische, also, wenn du krank bist, ja, dann ist das letztendlich immer das Problem von fehlender Schwingung. Ja, ja, ja. Dann ist Handlung angesagt und dann müssen die Luftballons raus und das Leben muss umgestellt werden. Ich finde es hoch, ja, genau. Weil sonst ist es ziemlich blöd. Und im seiten Fall stirbt man da auch dran. Ja, so. Ja, genau. Aber das würde ich dann, wenn jemand wirklich akut was hat, an der Aura kann man das besser ablesen, was ich empfehlen würde. Ja, genau. Sehr gut. Genau. Aber was... Wir machen natürlich auch ein Disclaimer hier runter, und das hast du garantiert bei dir auch drauf, dass es keinen Besuch bei einem Arzt und so weiter ersetzt, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich. Nein, im Gegenteil. Also ich sage immer, das passt schon. Wenn du dich verletzt hast, dann brauchst du Pflaster. Ja, genau. Und die spirituelle Energie tut deine Heilung, meiner Meinung nach, um ein Drittel reduzieren. Ja, also alles heilt ein Drittel schneller. Ja, aber trotzdem Pflaster. Ja, 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 genau. Nein, aber es ist ja wichtig auch, wenn wir einen Unfall haben, was auch immer operiert werden müssen. Wenn es dann schon immer zu lange gewartet haben, was auch immer. Ja. Geschenke oder die man da nicht so annehmen kann oder nicht so sehen kann. Wenn man schwer krank ist gerade, in schweren Krisen ist, bist du aus deiner Power. Das wollen wir jetzt nicht kleinreden. Genau, aber sehr schön. Ja, vielen Dank. Also jede Erfahrung war wertvoll. Ja. Hat dich charismatisch. Ich lese nochmal vor das Thema des Interviews, weil ich es so cool finde. Auf deiner Website habe ich das gefunden. Durch starkes Charisma, attraktiv, sexy, bezauern und erfolgreich. Vielen Dank, lieber Andreas. Und jetzt bitte noch einen Tipp to go, einen letzten Tipp to go für unsere Kongress-Teilnehmer. Für deine Zuhörer. Genau. Ganz einfach. Im Einkauf liegt der Gewinn. Schafft euch finanzielle Spielräume. Dass du dann alles dir... Dann habt ihr ein Problem weniger. Non-Strahler auch. Gelassenheit kommt da rein. Ruhe kommt rein. Gesundheit. Also alle fünf Säulen wieder inneren Stärke. Blockaden raus. Beruf machst du dann. Aber das ist nicht wegen Geld irgendwo. Gesundheit. Und dann müssen die Luftballons weg. Und dann beginnt auch ein ganz neues Leben. Ja, genau. Da sind wir beide. On the road sind wir schon zwei. Also ich bin auch Blockadenlöserin. Genau. Das steht bei mir auch in der Signatur. Oder Homepage. Sehr schön. Vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Ich weiß, dass du nächste Woche dann in den Urlaub fliegst. Gleich wieder in den Urlaub oder in die Geschäftsreise. Beides. Beides. An einen schönen Ort, wo viel High Energy ist. Ja. Und also vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Das war sehr spontan. Also vor ein paar Tagen habe ich dich erst kontaktiert. Hast du Lust? Hattest du mir gesagt? Ja, super, cool. Was du hier aufgestellt hast, bin ich sehr gerne dabei. Und das war jetzt richtig spontan. Also vielen Dank für dieses Interview, dieses erhellende, dieses inspirierende, bezaubernde Interview. Wir haben viele wertvolle Tipps bekommen, auch vor allen Dingen auch Richtung finanzielle Gesundheit, weil es gehört für mich dazu, gesund zu sein, auch auf dieser Ebene, körperlich, mental, emotional, energetisch, finanziell. Das ist für mich Gesundheit. Vielen Dank, dass du uns da auch sehr, sehr schön Informationen gegeben hast, wie es funktionieren kann. Liebe in 5D werden wir auch hören, lesen demnächst. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Und ich hoffe, ich wünsche, dass viele Menschen sich einfach mal schon aus Interesse mit dir in Verbindung setzen, dann die tollen Geschenke, die du mitgebracht hast hier, einfach mal nutzen können im Kongresspaket. Und dann entscheiden, ist ja immer noch der freie Wille, entscheiden kann ja jeder immer noch, was er damit macht, ob er daran glaubt oder nicht. Also ein bisschen spooky findet ihr alles mit dem ganzen Quantenzeug. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Und auf jeden Fall hast du wunderbare Geschenke, du brachst vielen Dank für deine Zeit, alles Liebe, alles Gute. Und bitte, also als Brückenbauer unterwegs sein. Und dir vielen Dank für diesen tollen Kongress, den du da machst. Und ich hoffe, dass du vielen Menschen ein wenig Orientierung mit auf den Weg gibst. Und ansonsten wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Zeit. Und macht es gut, bis zum nächsten Mal. Genau. Und die Zuhörer auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid. Genau. Dankeschön. Tschüssing. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiter empfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag. Immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal.